So, das erste Mal selber anheizen, die Kohle. Hier wird die Kohle dann vorgeglüht und da sieht man eben den Kessel, da kommt die Kohle rein. Ansonsten ist die Lok vorbereitet, schauen wir mal. Ja, mit dem Gasbrenner wird die Kohle vorgeglüht. Da sitzt jetzt schon der Ventilator oben auf der Lok, wenn die Kohle dann in den Kessel kommt. Mal sehen, ob es klappt. Ein bisschen Glut sieht man schon. Na, wie sieht es jetzt aus? Glüht, glüht ein bisschen. Ventilator läuft noch, noch kein Druck aufgebaut. Jetzt ist der Hilfsbläser an, Ventilator ist weg. Druck hat sich immer noch nicht aufgebaut. Ventilator läuft noch nicht aufgebaut. So, im Moment übe ich noch mit dem Feuer. Bin schon wieder liegen geblieben. Ich habe jetzt nochmal Kohle nachgeschüppt und nochmal den Ventilator drauf. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie viel Druck es braucht, wann den Hilfsbläser an, wann aus und so weiter und so fort. Da muss man nochmal schauen. Aber jetzt baut er ja wieder Druck auf, das sieht ja schon mal gut aus. Das ist das. Das war's für heute. Das war's für heute.